grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von kochen mit raudl heim mittag gibt es bei uns einen kalbsrahm braten in meiner kindheit hat es den nicht oft geben nur zu ganz großen feierlichkeiten denn kalbfleisch war ja früher sehr sehr teuer aber ich kann mich erinnern zu meiner kommunion da hat es einen kalbsrahm braten gegeben für die gäste zeige ich euch einmal schnell ein foto wie ich ausgeschaut habe bei meiner kommunion und wie ich gerade gesagt habe für meine gäste hat es einen kalbsrahm braten gegeben aber ich habe mir eine schnitzel gewünscht ich habe dann eine kalbsschnitzel gekriegt weil meine mama gesagt hat da tut es mir ganz besonders was gutes aber das kalbsschnitzel das war irgendwie so flachsig und so ja mit mir haben sie keine freie mit der esserei also deswegen kann man vielleicht auch noch ganz genau erinnern dass eben nicht so toll war das fleisch dann habe ich ein bisschen kalbsrahm braten gegessen das hat mir dann schon gespeckt und meine mama die hat dann immer so schwammerlsoße dazu gemacht und deswegen habe ich heute auch mein rezept vom schubeck ausgesucht denn ich hätte auch aus ich helfe der kochen die hat auch ein gutes rezept drinnen für den kalbsrahm braten aber da wieder so ein bisschen so schwammerlsoße dazu gemacht und das sind meine kinder jetzt erinnerungen zu meinem kalbsrahm braten brauche ich wahnsinnig viele zutaten und zwar schon mal ein kalbfleisch natürlich zwiebeln karotte knollensellerie Tomatenöl Puderzucker Tomatenmark Rotwein Geflügelbrühe Pilzgewürz Lorbeerblatt Wachalterbeeren Sahne Petersilienstiele Knoblauch Zitronenschale Salz Cayennepfeffer und ein paar Schwammerl weil ich es ja so mache wie meine Mama gemacht hat vielleicht nicht ganz so denn meine Mama hat bestimmt nicht so viele Zutaten dazu gebraucht da habe ich jetzt eins von den Kochbüchern meiner Mama und zwar das Schulkochbuch von Dr. Oetker da steht der Kalbsbraten drinnen und schaut mal her ganz ganz wenig Zutaten die haben ja nicht einmal ein Wurzelgemüse damals drin gehabt hm aber eine Gustin war dabei denn der Dr. Oetker wollte seine Sachen verkaufen und da haben wir den Vergleich zu ich helfe dir kochen da steht schon bei Weitem mehr drinnen aber nicht ganz so viel als wie eben beim Schubeck aber ich glaube was wir brauchen ist eigentlich viel Zeit viel Zeit damit der Braten schön saftig bleibt und nicht zu viel Hitze kriegt denn früher hat man schon sehr auf Hitze geschaut da ist der Ofen vorgeheizt worden oder geheizt worden mit 220 Grad und dann war der natürlich schon in eineinhalb oder zwei Stunden fertig aber der Vier ist ein bisschen drücker gewesen und das sollte unser Braten nicht werden den lassen wir Zeit deswegen rede ich jetzt ein bisschen stark denn es ist nur in der Früh und mein Mann schlaft noch denn vier Stunden davor müssen wir anfangen und ihn vorbereiten denn drei Stunden muss der im Rohr drinnen sein anfangen tue ich damit dass ich das Gemüse in Würfel schneide und ich nehme für meine Sauce auch immer gerne einen Lauch her die Tomaten muss ich achten das Gemüse wird nun in etwas Öl angebraten lasst ihr ruhig dann auch braun sein während das Gemüse jetzt da brät schaue ich einmal dass das Fleisch ein bisschen schöner ausschaut das war ja nichts im Angebot dadurch ist mir ja die Idee erst richtig gekommen dass ich einmal einen Kalbsbraten machen konnte aber ausschauen tut es jetzt nicht besonders die Stückchen zum Beispiel hat jetzt 15 Euro gekostet schauen wir mal was von dem Fleisch noch braucht wenn ich es ein bisschen sauber gemacht habe so ein bisschen besser schaut es jetzt auf alle Fälle aus und ich schmeiße das auch nicht weg sondern das Brat jetzt da mit und dann wird das bestimmt eine gute Sauce nun kommt in mein Bräter wieder ein Öl rein und darin brate ich jetzt mein Fleisch rundum an das Fleisch gebe ich dann aus und da gebe ich jetzt meine Abschnitte noch rein und die brate ich auch noch schnell an das Fett das noch drinnen ist das tupfe ich ein bisschen mit einem Küchentuch raus und gebe den Puderzucker rein die Pfanne oder der Topf darf jetzt nicht ganz fürchterlich heiß sein denn sonst verbrennt uns der Puderzucker und dann schmeckt es bitter also es sollte nur leicht karamellisieren dann kommt da ungefähr ein Esslöffel Tomatenmark dazu und da aber auch nicht zu viel nehmen denn es sollte ja keine Tomatensauce werden es sollte ja nur ein bisschen tomatisiert werden mit einem Drittel ungefähr vom Rotwein ablöschen wenn das eingekocht ist gieße ich wieder ein Drittel auf und lasse das wieder einkochen wenn der Rotwein eingekocht ist kommt meine Geflügelbrühe dazu und da drauf das Gemüse und die Tomaten meine Fleischabschnitte ganz oben drauf mein Fleisch da kommt jetzt der Deckel drauf der Ofen ist auf 150 Grad Umluft vorgeheizt und das Fleisch kommt jetzt für 3 Stunden hinein ab und zu einmal nachschauen ob die Soße verdampft ist oder sonst irgendwas vielleicht auch mal umdrehen ansonsten braucht es jetzt 2,5 Stunden nix machen damit und nun schauen wir mal wie es ausschaut nach 2,5 Stunden mh die Soße hat sich da schon ganz viel weggebraten da werde ich vielleicht noch ein wenig Brühe nachher da messen und nun kommen die Gewürze dazu eine Knoblauchzehe die habe ich jetzt da ein bisschen geviertelt ein Lorbeerblatt eine Zitronenschale drei angedrückte Wacholderbeeren einen Teelöffel von dem Pilzgewürz 100 Milliliter Schlagsahne und Petersilienstiele eine halbe Stunde kommt das wieder ins Rohr drei Stunden hat jetzt das Fleisch gebraten und nun müssen wir uns an die Soße kümmern das Fleisch gebe ich jetzt in eine Alufolie und ein bisschen noch ins Rohr damit ich jetzt Zeit habe für die Soße die Soße gebe ich jetzt durch ein Sieb in einen anderen Topf die Soße widmen meine Soße schmeckt jetzt schon ganz gut aber es fehlt natürlich nur ein bisschen eine Power das heißt eine kleine Prise Cayennepfeffer ein Salz ein Pfeffer ein Pfeffer ein Pfeffer schmecken tut es jetzt schon ganz gut aber wie ihr seht es das ist jetzt noch keine Soße sondern das ist eine Suppe deswegen muss es auf alle Fälle binden und wie ihr euch am Anfang jetzt Zeit habt da von dem alten Kochbuch vom Dr. Oetker Kochbuch wo die Soße mit Gustin gebunden wird das müssen wir jetzt auch machen und zwar habe ich da eben eine Speisestärke das wird im kalten Wasser angehört unbedingt im kalten Wasser denn sonst wird das klümpelig und wenn die Soße aufkocht wird das drunter gerührt vielleicht am Anfang noch nicht alles weil nicht dass das dann so ein ein Muß wird statt eine Soße also ein Teil rühre ich jetzt einmal unter und das lasse ich gut durchkochen jetzt noch wie ihr seht es es ist jetzt zwar schon ein wenig dicker aber ich glaube ich brauche den Rest von dem Ding auch noch und wie ich schon gesagt habe meine Mama hat immer Schwammerl dazu gemacht wenn wir Pilze aus dem Wald gehabt haben dann sind natürlich Waldpilze darunter gekommen wie immer Steinpilze oder Rehren aber Champignons wenn wir gekriegt haben haben wir die natürlich auch genommen die tue ich jetzt nämlich ein bisschen in Butter anrösten meine Schwammerl sind auch schon ganz schön gebraten deswegen tue ich jetzt noch ein bisschen Petersilie dazu und salzen und pfeffern und nun wird es spannend denn wie weich ist denn mein Fleisch jetzt worden? beim reinstechen ist es eigentlich ganz weich und so können wir anrichten meine Schwammerl nur dazu ein Knödelchen und so schaut er aus wenn er fertig ist mein Kalbsrahm braten ich bin ja gespannt ob es so gut schmeckt wie der von meiner Mama ich wünsche euch viel Spaß beim nachkochen wirt euch